Normal habe ich die Maske in zwei Saisons. Ich stelle sie immer in Bern her, beim gleichen Hersteller, bei Erxs. Sie machen auch den ganzen Paint und die Designs. Ich überlasse ihm eigentlich sehr viel Kreativität. Ich sage, ich will etwas mit dem Club, das mich verbindet mit dem Club. Ein paar Sachen, was mich verbindet mit meiner Heimat und den Rest macht er ein. Persönlich eine grosse Bedeutung für mich. Bis jetzt habe ich noch nie etwas gehabt, das für mich persönlich eine grosse Bedeutung hatte. Für mich war immer wichtig, etwas in den Clubfarben, das den Club repräsentiert und auch das Logo hier auf der einen Seite, dass ich immer vom Club habe und auf der anderen Seite ein bisschen mehr Kreativität mit einem Löwen, ein bisschen diese Aggressivität zeigt. Dann halt Dosan und meine Nummer, das sind so die markantesten Sachen. Und hinten hatte ich oft von der Schweiz die Mieten drauf, der Merck. Jetzt habe ich mich entschieden für das Wappen. Und das Wappen, wo ich unter der Woche wohne in Insassupis und meine zwei Wohnorte.